Du bist ein sehr guter Koch. Du bist ein sehr guter Koch. Nach der Arbeit gehe ich ins Fitnessstudio. Nach der Arbeit gehe ich ins Fitnessstudio. Nimm es nicht persönlich. Nimm es nicht persönlich. Behalte den Glauben. Behalte den Glauben. Zwei und zwei zusammen zählen. Zwei und zwei zusammen zählen. Könnten Sie es bitte wiederholen? Könnten Sie es bitte wiederholen? Behalte es unter Kontrolle. Behalte es unter Kontrolle. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Beförderung. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Beförderung. Ich habe dieses tolle neue Restaurant im Stadtzentrum gefunden. Ich habe dieses tolle neue Restaurant im Stadtzentrum gefunden. Ich bin Ihnen für Ihre Hilfe dankbar. Ich bin Ihnen für Ihre Hilfe dankbar. Das macht auch Spaß. Das macht auch Spaß. Denkst du so? Denkst du so? Lache bis zum Umfallen. Lache bis zum Umfallen. Ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt gehen. Könnt ihr ein gutes Buch empfehlen? Könnt ihr ein gutes Buch empfehlen? Ich fühle mich perfekt. Ich fühle mich perfekt. Cool agieren. Cool agieren. Ich würde gerne etwas reservieren. Ich würde gerne etwas reservieren. Wie gehst du zur Arbeit? Wie gehst du zur Arbeit? Wegen unvorhergesehener Umstände. Wegen unvorhergesehener Umstände. Stört es Sie, das Fenster zu schließen? Stört es Sie, das Fenster zu schließen? Er wird es irgendwann verstehen. Er wird es irgendwann verstehen. Ja. Ich bin nach Europa gegangen. Ja. Ich bin nach Europa gegangen. Ich bin allergisch gegen Erdnüsse. Ich bin allergisch gegen Erdnüsse. Bis später. Bis später. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich plane nächsten Monat einen Urlaub auf Hawaii. Ich plane nächsten Monat einen Urlaub auf Hawaii. Eric ist extrem gut im Schach. Eric ist extrem gut im Schach. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Ja. Ich habe zwei Kinder. Ja. Ich habe zwei Kinder. Hatten Sie Gelegenheit, das von mir empfohlene Buch zu lesen? Hatten Sie Gelegenheit, das von mir empfohlene Buch zu lesen? Gehst du gerne in Comedy Clubs? Gehst du gerne in Comedy Clubs? Wo war der letzte Ort, den Sie besucht haben? Wo war der letzte Ort, den Sie besucht haben? Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. Katzen sind sehr süß. Katzen sind sehr süß. Kann ich mir deinen Stift leihen? Kann ich mir deinen Stift leihen? Die Gewohnheit loswerden. Die Gewohnheit loswerden. Ich liebe es, Bio-Gemüse zu kaufen. Ich liebe es, Bio-Gemüse zu kaufen. Die Sonne begann unterzugehen und die Lichter der Stadt verschwanden. Die Sonne begann unterzugehen und die Lichter der Stadt verschwanden. Ich bleibe einfach. Ich bleibe einfach. Da wir früh ankamen, sollten wir einen Kaffee trinken. Magst du kochen? Magst du kochen? Ich treffe Marc heute zum Mittagessen. Ich treffe Marc heute zum Mittagessen. Liebe besiegt alles. Liebe besiegt alles. Zwei und zwei zusammenzählen. Zwei und zwei zusammenzählen. Ein harter Arbeitstag, oder? Ein harter Arbeitstag, oder? Port nennt den Kessel schwarz. Port nennt den Kessel schwarz. Ja. Sechs Jahre. Ja. Sechs Jahre. Kannst du mir den Weg zum Bahnhof zeigen? Kannst du mir den Weg zum Bahnhof zeigen? Nein. Ich habe kein Haustier. Nein. Ich habe kein Haustier. Ich hoffe, du hast einen tollen Tag. Ich hoffe, du hast einen tollen Tag. Ich habe gehört, dass du deine Prüfung bestanden hast. Glückwunsch. Ich habe gehört, dass du deine Prüfung bestanden hast. Glückwunsch. Lebe und lerne. Lebe und lerne. Kennen sie ihren Job. Kennen sie ihren Job. Kannst du mir den Weg zeigen? Kannst du mir den Weg zeigen? Um Geld zu sparen, nutze ich lieber öffentliche Verkehrsmittel. Um Geld zu sparen, nutze ich lieber öffentliche Verkehrsmittel. Er ist immer nervös vor Prüfungen. Er ist immer nervös vor Prüfungen. Sie sind mit dem Produkt zufrieden. Sie sind mit dem Produkt zufrieden. Können sie glauben, wie heiß es heute ist? Können sie glauben, wie heiß es heute ist? Was ist ihr Lieblingswein? Was ist ihr Lieblingswein? Er war eine Woche lang nicht zur Arbeit. Er war eine Woche lang nicht zur Arbeit. Wie geht's? Wie geht's? Was mit einer Hand nicht stimmt? Zwei Hände haben eine Stimme. Was mit einer Hand nicht stimmt? Zwei Hände haben eine Stimme. Es ist eine Freude, mit ihnen zusammen zu sein. Es ist eine Freude, mit ihnen zusammen zu sein. Ich freue mich, wenn sie mir helfen können. Ich freue mich, wenn sie mir helfen können. Was ist das Coolste, was du gefunden hast? Was ist das Coolste, was du gefunden hast? Nach dem Mittagessen nehmen wir am Seminar teil. Nach dem Mittagessen nehmen wir am Seminar teil. Vielleicht kannst du es versuchen. Vielleicht kannst du es versuchen. Darf es sonst noch etwas sein? Darf es sonst noch etwas sein? Keine Sorge. Wir haben genug Zeit. Keine Sorge. Wir haben genug Zeit. Öffnen Sie nicht das Fenster. Es ist kalt draußen. Öffnen Sie nicht das Fenster. Es ist kalt draußen. Sein Engagement hat mich beeindruckt. Sein Engagement hat mich beeindruckt. Bleib in Sicherheit. Okay. Bleib in Sicherheit. Okay. Er entschuldigte sich für seinen Fehler. Er entschuldigte sich für seinen Fehler. Warst du schon dort? Warst du schon dort? Ich genieße die alte Münze. Ich genieße die alte Münze. Ich bin durstig. Ich bin durstig. Welches Stück haben Sie zuletzt gesehen? Welches Stück haben Sie zuletzt gesehen? Oh. Ich liebe New York. Oh. Ich liebe New York. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ja. Ich habe eine Schwester. Ja. Ich habe eine Schwester. Kannst du mir dabei helfen? Kannst du mir dabei helfen? Er ließ sich von seiner Ex-Frau scheiden. Er ließ sich von seiner Ex-Frau scheiden. Obwohl es regnete, hatten wir eine tolle Zeit beim Picknick. Obwohl es regnete, hatten wir eine tolle Zeit beim Picknick. Da hast du Recht. Da hast du Recht. Geben Sie einen durch den Brecher. Geben Sie einen durch den Brecher. Du denkst schnell. Du denkst schnell. Wie geht's deiner Familie? Wie geht's deiner Familie? Können sie mir helfen, meine Schlüssel zu finden? Können sie mir helfen, meine Schlüssel zu finden? Ich muss diesen Bericht bis morgen fertigstellen. Ich muss diesen Bericht bis morgen fertigstellen. Es macht mir nichts aus, zu helfen. Es macht mir nichts aus, zu helfen. Sind sie viel gereist? Sind sie viel gereist? Hast du noch etwas Kaffee? Hast du noch etwas Kaffee? Nach der Arbeit gehe ich ins Fitnessstudio. Nach der Arbeit gehe ich ins Fitnessstudio. Sie müssen diesen Bericht heute fertigstellen. Sie müssen diesen Bericht heute fertigstellen. Ich bin ein Einzelkind. Ich bin ein Einzelkind. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind fünf und sieben. Sie sind fünf und sieben. Ich bin mir sicher, dass alles gut wird. Ich bin mir sicher, dass alles gut wird. Ich plane nächsten Monat einen Urlaub auf Hawaii. Ich plane nächsten Monat einen Urlaub auf Hawaii. Wir planen, nächsten Monat in den Urlaub zu fahren. Wir planen, nächsten Monat in den Urlaub zu fahren. Kannst du das Licht ausschalten? Kannst du das Licht ausschalten? Kannst du mir die Butter reichen? Kannst du mir die Butter reichen? Ich liebe Musikfestivals. Ich liebe Musikfestivals. Ich liebe Musikfestivals. Ich liebe es, einzigartige Gegenstände zu finden. Ja. Ich liebe es, einzigartige Gegenstände zu finden. Was würden Sie tun, wenn Sie in meiner Situation wären? Was würden Sie tun, wenn Sie in meiner Situation wären? Ja. Sechs Jahre. Ja. Ja. Sechs Jahre. Lerne es auf die schwierige Weise. Lerne es auf die schwierige Weise. Gib jemandem Angst vor Gott. Gib jemandem Angst vor Gott. Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen. Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen. Wirklich interessant. Wirklich interessant. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Er ist gelangweilt von seiner TV-Show. Er ist gelangweilt von seiner TV-Show. Bitte rufen Sie mich später noch einmal an. Bitte rufen Sie mich später noch einmal an. Haben Sie schon das neue Café an der Main Street ausprobiert? Haben Sie schon das neue Café an der Main Street ausprobiert? Ich kenne deinen Bruder. Ich kenne deinen Bruder. Ja. Es ist sehr entspannend. Ja. Es ist sehr entspannend. Sie können sicher sein, dass wir eine Lösung finden. Sie können sicher sein, dass wir eine Lösung finden. Liebe besiegt alles. Liebe besiegt alles. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe Sie nicht. Bitte nehmen Sie mein tiefstes Beileid entgegen. Bitte nehmen Sie mein tiefstes Beileid entgegen. Er hat einen großartigen Sinn für Humor. Er hat einen großartigen Sinn für Humor. Ich ging nach Frankreich und Italien. Ich ging nach Frankreich und Italien. Lass mich nicht im Unklaren. Lass mich nicht im Unklaren. Bauen Sie eine bessere Zukunft auf. Bauen Sie eine bessere Zukunft auf. Sie sind so großartig. Sie sind so großartig. Ich gehe jeden Morgen laufen. Ich gehe jeden Morgen laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Kannst du es noch einmal erklären? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Kannst du es noch einmal erklären? Es ist eine Freude, mit Ihnen zusammen zu sein. Es ist eine Freude, mit Ihnen zusammen zu sein. Sie sind sehr gespannt auf das Projekt. Sie sind sehr gespannt auf das Projekt. Können Sie Reservierungen für mich machen? Können Sie Reservierungen für mich machen? Genießen Sie Ihre Zeit in der Stadt? Genießen Sie Ihre Zeit in der Stadt? Ich bin ein Schüler. Ich bin ein Schüler. Was machen Sie also beruflich? Was machen Sie also beruflich? Können Sie Reservierungen für mich machen? Können Sie Reservierungen für mich machen? Sie sind für Ihre Gastfreundschaft bekannt. Sie sind für Ihre Gastfreundschaft bekannt. Das hat so viel Spaß gemacht. Das hat so viel Spaß gemacht. Dieses Konzert war unglaublich. Ich hatte so viel Spaß. Dieses Konzert war unglaublich. Ich hatte so viel Spaß. Gehen Sie am Park vorbei. Gehen Sie am Park vorbei. Ich liebe Elefanten. Ich liebe Elefanten. Lassen Sie das hier. Lassen Sie das hier. Das ist gut für die Umwelt. Das ist gut für die Umwelt. Die Verantwortung auf jemand anderen übertragen. Die Verantwortung auf jemand anderen übertragen. Bis später. Bis später. Viel besser als der Letzte. Viel besser als der Letzte. Wir sollten uns irgendwann diese Woche treffen. Wir sollten uns irgendwann diese Woche treffen. Jeder im Büro arbeitet hart daran, die Frist einzuhalten. Jeder im Büro arbeitet hart daran, die Frist einzuhalten. Spielen Sie die Hand, die Sie erhalten. Spielen Sie die Hand, die Sie erhalten. Spielen Sie die Hand, die Sie erhalten. Vaters Sohn. Vaters Sohn. Vaters Sohn. Sind Sie ins Ausland gereist? Sind Sie ins Ausland gereist? Das Abendessen ist fertig. Kommen Sie und essen Sie. Das Abendessen ist fertig. Kommen Sie und essen Sie. Entschuldigung. Kann ich eine Frage stellen? Entschuldigung. Kann ich eine Frage stellen? Ich liebe es, Bio-Gemüse zu kaufen. Ich liebe es, Bio-Gemüse zu kaufen. Du bist ein Sonnenschein. Du bist ein Sonnenschein. Bleiben Sie professionell. Bleiben Sie professionell. Hattest du einen schönen Tag? Hattest du einen schönen Tag? Öffnen Sie nicht das Fenster. Es ist kalt draußen. Öffnen Sie nicht das Fenster. Es ist kalt draußen. Darf es sonst noch etwas sein? Darf es sonst noch etwas sein? Er interessiert sich für Kunst. Er interessiert sich für Kunst. Stört es Sie, wenn ich Ihnen eine Frage stelle? Stört es Sie, wenn ich Ihnen eine Frage stelle? Achten Sie darauf, die Tür zu verschließen, bevor Sie gehen. Achten Sie darauf, die Tür zu verschließen, bevor Sie gehen. Ich genieße die alte Münze. Ich genieße die alte Münze. Das Leben ist kurz. Das Leben ist kurz. Ich spiele gerne Basketball. Ich spiele gerne Basketball. Sie sind ein guter Entscheidungsträger. Sie sind ein guter Entscheidungsträger. Sie wissen, was ich meine? Sie wissen, was ich meine? Verliere dich. Verliere dich. Wirklich. Interessant. Wirklich. Interessant. Fußball ist in vielen Ländern ein beliebter Sport. Fußball ist in vielen Ländern ein beliebter Sport. Zufrieden mit der Leistung. Zufrieden mit der Leistung. Könnten Sie es bitte wiederholen? Könnten Sie es bitte wiederholen? Sie sind ein guter Entscheidungsträger. Sie sind ein guter Entscheidungsträger. Ich liebe Actionfilme. Ich liebe Actionfilme. Kannst du mir den Weg zeigen? Kannst du mir den Weg zeigen? Können Sie glauben, wie heiß es heute ist? Können Sie glauben, wie heiß es heute ist? Katzen sind sehr süß. Katzen sind sehr süß. Entschuldigung. Können Sie mir dabei helfen? Entschuldigung. Können Sie mir dabei helfen? Sie sind ein wertvolles Gut. Sie sind ein wertvolles Gut. Wie lange hast du hier gelebt? Wie lange hast du hier gelebt? Komm und mach mit. Komm und mach mit. Wir sind uns in vielerlei Hinsicht ähnlich. Wir sind uns in vielerlei Hinsicht ähnlich. Kannst du langsamer sprechen? Kannst du langsamer sprechen? Ich schätze Ihre Hilfe. Ich schätze Ihre Hilfe. Machen Sie Ihre Hausaufgaben fertig, bevor Sie zum Spielen gehen. Machen Sie Ihre Hausaufgaben fertig, bevor Sie zum Spielen gehen. Der Alarm machte uns auf die Gefahr aufmerksam. Der Alarm machte uns auf die Gefahr aufmerksam. Gehst du gerne ins Fitnessstudio? Gehst du gerne ins Fitnessstudio? Dankeschön. Dankeschön. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? Hast du es gelesen? Hast du es gelesen? Freut mich, sie kennenzulernen. Freut mich, sie kennenzulernen. Auf welche Festivals gehst du? Auf welche Festivals gehst du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sie sollten dich beschäftigen. Sie sollten dich beschäftigen. Halten Sie mich über die Entwicklungen auf dem Laufenden. Halten Sie mich über die Entwicklungen auf dem Laufenden. Sehr cool. Sehr cool. Gehen Sie gerne auf Bauernmärkte? Gehen Sie gerne auf Bauernmärkte? Wir haben uns an der Universität kennengelernt. Wir haben uns an der Universität kennengelernt. Sei großzügig. Sei großzügig. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gemeinsames Essen stärkt die familiären Bindungen. Gemeinsames Essen stärkt die familiären Bindungen. Was ist deine Lieblingsmusik? Was ist deine Lieblingsmusik? Gewicht heben. Gewicht heben. Bleib in Bewegung. Bleib in Bewegung. Seien Sie nicht so streng zu sich selbst. Seien Sie nicht so streng zu sich selbst. Was für Übungen machst du? Was für Übungen machst du? Tom und Sarah heiraten. Tom und Sarah heiraten. Sozial sein. Sozial sein. Darf ich bitte eine Quittung haben? Darf ich bitte eine Quittung haben? Er bewirbt sich um eine Stelle im Unternehmen. Er bewirbt sich um eine Stelle im Unternehmen. Stapeln Sie es auf. Stapeln Sie es auf. Hallo. Wie geht es dir? Hallo. Wie geht es dir? Wissen Sie, wie Sie von hier aus zur Bibliothek gelangen? Wissen Sie, wie Sie von hier aus zur Bibliothek gelangen? Bitte den Mund halten. Bitte den Mund halten. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Stellen Sie ein Podest auf. Stellen Sie ein Podest auf. Lass dich davon nicht stören. Lass dich davon nicht stören. Ja, ich mag Kriminalromane. Ja, ich mag Kriminalromane. Kriminalromane. Behalte dieses Geheimnis. Behalte dieses Geheimnis. Kannst du die Lautstärke erhöhen? Kannst du die Lautstärke erhöhen? Er hat Angst vor Spinnen. Er hat Angst vor Spinnen. Kannst du mir dabei helfen? Kannst du mir dabei helfen? Kannst du zur Party gehen? Kannst du zur Party gehen? Können Sie mir helfen, Istanbul zu finden? Können Sie mir helfen, Istanbul zu finden? Kommen Sie vorbei, wenn Sie in der Nähe sind. Kommen Sie vorbei, wenn Sie in der Nähe sind. Preis pro Preis pro Ja, ich bin nach Europa gegangen. Ja, ich bin nach Europa gegangen. Sie kennen sich in der Gegend aus. Sie kennen sich in der Gegend aus. Mir geht's gut, danke. Mir geht's gut, danke. Ich freue mich auf die bevorstehende Reise. Ich freue mich auf die bevorstehende Reise. Seine Stimme ist so beruhigend und angenehm anzuhören. Seine Stimme ist so beruhigend und angenehm anzuhören. Bereit zu gehen? Bereit zu gehen? Der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Ich bin allergisch gegen Erdnüsse. Ich bin allergisch gegen Erdnüsse. Er freut sich auf die Party. Er freut sich auf die Party. Etwas mit kaltem Wasser übergießen. Etwas mit kaltem Wasser übergießen. Wir sind mit dem Service zufrieden. Wir sind mit dem Service zufrieden. Sie leiden unter Prüfungsangst. Sie leiden unter Prüfungsangst. Fassen Sie es nicht an, es ist zu heiß. Fassen Sie es nicht an, es ist zu heiß. Wer ist deine Lieblingsband? Wer ist deine Lieblingsband? Ich bin gelangweilt. Ich bin gelangweilt. Er würde seine Stimme erheben, wenn er wütend wurde. Unser Ziel ist der Spitzenplatz. Unser Ziel ist der Spitzenplatz. Julias Job erfordert viel Reisen. Julias Job erfordert viel Reisen. Ja, ich lache gerne. Ja, ich lache gerne. Er hat Angst vor Spinnen. Er hat Angst vor Spinnen. Ich bin allergisch gegen Erdnüsse. Ich bin allergisch gegen Erdnüsse. Liebe auf den ersten Blick. Liebe auf den ersten Blick. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Hallo. Wie geht es dir? Hallo. Wie geht es dir? Vergessen Sie nicht, Ihren Ausweis mitzubringen. Vergessen Sie nicht, Ihren Ausweis mitzubringen. Kein Scherz. Das ist großartig. Kein Scherz. Das ist großartig. Er spielt hart. Er spielt hart. Regen oder Sonnenschein. Wir gehen. Regen oder Sonnenschein. Wir gehen. Ich bin noch nicht sicher. Ich bin noch nicht sicher. Ich mache nur Spaß. Nimm es nicht ernst. Ich mache nur Spaß. Nimm es nicht ernst. Ich freue mich auf die bevorstehende Reise. Ich freue mich auf die bevorstehende Reise. Vergessen Sie nicht, Ihren Ausweis mitzubringen. Vergessen Sie nicht, Ihren Ausweis mitzubringen. Du bist ein echter Künstler. Du bist ein echter Künstler. Ich gehe jeden Tag im Park spazieren. Ich gehe jeden Tag im Park spazieren. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag noch. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Spielen Sie beide Enden gegen die Mitte. Spielen Sie beide Enden gegen die Mitte. Gehst du gerne auf Partys? Gehst du gerne auf Partys? Kein Problem. Ich helfe gerne. Kein Problem. Ich helfe gerne. Er ist glücklich mit seinem Leben. Er ist glücklich mit seinem Leben. Die Sonne begann unterzugehen und die Lichter der Stadt verschwanden. Die Sonne begann unterzugehen und die Lichter der Stadt verschwanden. Wir sind uns in vielerlei Hinsicht ähnlich. Wir sind uns in vielerlei Hinsicht ähnlich. Können wir das Treffen verschieben? Können wir das Treffen verschieben? Zeppelins Musik wird nie aus der Mode kommen. Zeppelins Musik wird nie aus der Mode kommen. Höflich sein. Höflich sein. Wucherpreise bezahlen. Wucherpreise bezahlen. Katze im Sack. Katze im Sack. Sei pünktlich. Sei pünktlich. Bring mir das Buch. Bring mir das Buch. Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? Zum Glück wird morgen schönes Wetter erwartet. Zum Glück wird morgen schönes Wetter erwartet. Ja. Ich schätze Kunst. Ja. Ich schätze Kunst. Lassen Sie uns zustimmen, nicht zuzustimmen. Lassen Sie uns zustimmen, nicht zuzustimmen. Ich liebe Sommer. Ich liebe Sommer. Ich fürchte. Ich kann diese Idee nicht unterstützen. Ich fürchte. Ich kann diese Idee nicht unterstützen. Guten Abend. Guten Abend. Sei organisiert. Sei organisiert. Bis später. Bis später. Sie sind für Ihre Gastfreundschaft bekannt. Sie sind für Ihre Gastfreundschaft bekannt. Sie leiden unter Prüfungsangst. Sie leiden unter Prüfungsangst. Gehen Sie gerne spazieren? Gehen Sie gerne spazieren? Wie wäre es mit dem Film? Wie wäre es mit dem Film? Ich bin Fußballfan. Ich bin Fußballfan. Nach dem Mittagessen nehmen wir am Seminar teil. Nach dem Mittagessen nehmen wir am Seminar teil. Ich habe vergessen, mein Telefon mitzubringen. Kann ich Ihres benutzen? Ich habe vergessen, mein Telefon mitzubringen. Kann ich Ihres benutzen? Bitte nehmen Sie mein tiefstes Beileid entgegen. Bitte nehmen Sie mein tiefstes Beileid entgegen. Paddeln Sie mit Ihrem eigenen Kanu. Paddeln Sie mit Ihrem eigenen Kanu. Stellen Sie ein Podest auf. Stellen Sie ein Podest auf. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Spielen Sie Devils Advocate. Spielen Sie Devils Advocate. Er kommt normalerweise zu spät zu unseren Treffen. Er kommt normalerweise zu spät zu unseren Treffen. Was machen Sie also beruflich? Was machen Sie also beruflich?